Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei ArchieGaming, Flo wieder am Start, heute mit einem Video und zwar zu meinem Team. Heute kein 19 Uhr Content, das liegt daran, dass ich ab heute im Urlaub bin. Wahrscheinlich Freitag oder spätestens dann Samstag nächste Woche geht es weiter mit dem Content. Aber ich dachte, wir nutzen die Zeit, ihr habt dann regelmäßig trotzdem täglich hier Content und wir machen mal ein Video zu meinem Team. Es wurde mehrfach gewünscht, wie sieht dein Team aus, wie sind deine Taktiken und da möchte ich heute eine Antwort euch geben und ich hoffe, das Ganze feiert ihr natürlich. Bevor wir einschalten, wir mal die kurzen Erinnerung gerne liebe da lassen, zerstört euch die Like-Band, Freunde, ich weiß nicht, ihr es könnt, 500 Likes heute mal wieder. Das Likes hier, falls ihr neu seid, solltet ihr gerne die Glocke aktivieren. Hier gibt es täglich FIFA-Content und ich habe gesehen, für die Leute, die mal einschalten, 70% von den Leuten, die mal einschalten, haben noch kein Abo dagelassen. Also holt das sehr, sehr gerne nach und wer immer eure Meinung dann auch gerne zum Team, bleibt fair, Friends, auf jeden Fall in die Kommentare. Und natürlich lasst mich gerne wissen, wie euer Team aussieht, Formation gerne mal wissen lassen und eure Top-3-Spieler, vielleicht auch die ganze Formation, wie ihr lustig seid, gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall extrem auch interessieren. So, wir gehen das Ganze jetzt durch und starten natürlich erstmal mit dem Team an sich. So, die Start-Formation, nicht In-Game-Formation wohlgemerkt, ist hier die 4-1-4-1. So, kurz vorweg, bevor wir hier an das Team gehen, die Frage nochmal nachgehen, warum habe ich in den letzten Wochen nicht schon ein Video gemacht zum Team? Ist mehrfach gewünscht worden. Das Problem war, vielleicht habt ihr auch das Problem gehabt, dass eben zur Team-of-the-Season-Zeit, ja, was jetzt 6-7 Wochen lang ging, sich quasi, ja, alle 2-3 Tage, beziehungsweise jede Woche, das Team immer und immer verändert hat. Also, das heißt, wenn ich euch ein Video gemacht hätte vor 3 Wochen, dann wäre das vielleicht 2-3 Tage später wieder nicht aktuell gewesen, zumindest was das Team betrifft. Deshalb gehen wir jetzt auf ganz entspannter Basis rein. Ich habe jetzt die Zeit dazu, das Video für euch zu machen und vorzuproduzieren. Und deshalb fangen wir an mit der Torwart-Position. Falls ihr übrigens meine Storys während des Urlaub sehen wollt, gerne mal Links unten in der Beschreibung abchecken. Instagram und auch Twitch ist da am Start, also gerne auf jeden Fall mal vorbeischauen. Kurz vorweg, mein Team, was ich, glaube, Januar oder Februar zuletzt gezeigt hat, auch den Link zu diesem Team-Tour, nennen wir es jetzt einfach mal, äh, zu meinem Team damals im Januar-Februar. Link ist auch in der Beschreibung. Also, wir fangen an mit dem Torwart und da sieht es wie folgt aus, für die, die auch schon mit dabei sind, testigen. Also, den haben wir gezogen und zwar ist er erst bisher an Schwellen und da kommen wir schon zum nächsten. Wichtigen Punkt vielleicht, bevor wir weitermachen mit dem Team. Es ist eine Untradable Road to Glory dieses Jahr, die ich zocke. Ich zocke ja immer sonst generell Road to Glory. Ähm, vielleicht, eigentlich auch schon letztes Jahr, äh, wenn wir, wenn wir es ehrlich nehmen, Untradable Road to Glory. Also, wirklich nur die, die ich ziehe, die spiele ich auch. Und, äh, die sind alle wirklich, die wir jetzt hier komplett haben, ein Untradable Squad. Ja, es ist ein komplett Untradable Squad und es ist eine Road to Glory. Und dafür ist auf jeden Fall systemisch schon mal wirklich eine 10 vor 10. Er hat jetzt 90 Games gemacht, seitdem wir ihn gezogen haben. Team of the Season Award Gewinner. Und der ist hundertprozentig. Mein Torwart war schon vorher mein Torwart, als ich ihn als Team of the Season gezogen habe. Ähm, genau. Und der wurde quasi jetzt dann nochmal zum ultimativen Team of the Season upgraded. Eben zum Award Winner. Dann geht es weiter auf der Rechtsverteidiger-Position. Vielleicht jetzt für den einen oder anderen erstmal ein bisschen irritierend. Wir hatten lange Carlos Alberto. Ich erzähle euch jetzt auch mal, was so die letzten, äh, Squads so am Start war. Carlos Alberto hat insgesamt 357 Games gezockt. Den habe ich aber jetzt tatsächlich ersetzt. Nicht mit einem Klaus, nicht mit einem Jesus Navas, der hier unter meiner Facecam ist. Sondern, ihr seht hier unten links, ein Frimpong. Den haben wir mich in Rot am Start. Und, äh, deshalb eher Rechtsverteidiger. Das liegt aber auch daran, dass wir aus dem Bundesliga-Team of the Season unter anderem auch diesen Kollegen gezogen haben. Und zwar, Delicht ist am Start. Delicht, mein Innenverteidiger Nummer 1. So viele Games hat er noch gar nicht. Oh mein Gott. Er hat doch schon sehr, sehr viele Games. Sieht man mal, wie viele Games ich schon gezockt habe, seitdem wir ihn am Start haben. 224 Games tatsächlich. Das ist absolutes Wahnsinn. Ähm, und dann gehen wir auf die nächste IV-Position. Und da ist in Anführungsstrichen ein altbekannter. Wieder Holländer. Und zwar aus dem 10 Münzenpack gezogen. Ein Koeman. Untravel natürlich auch eher am Start. Vorher hatte ich Koeman und auch sehr, sehr lange Zeit dann ein Wittitsch in der IV. Kim Pemper haben wir zum Beispiel auch gemacht. Also, ihr seht, der hat noch kein Game gemacht. Ähm, natürlich haben wir x-beliebige Optionen. Jetzt zuletzt noch Smorning hier gezogen. Bremer haben wir hier, ähm, in Rot. Aber Koeman, weil er auch Holländer ist, haben wir hier eine IV-Position. Und damit die zwei IVs, Delicht und ein Koeman am Start. Dann haben wir auf der LV-Position, ja, die Qual der Wahl, wenn wir das mal so nennen wollen. Und zwar haben wir Jordi Alba, die SPC kam raus. Beziehungsweise, erst hatte ich Baldé in Rot, ja. Und dann kam die SPC raus. Und insofern, ja, Jordi Alba oder Baldé. Persönlich, ich, weil ich es nicer finde, haben wir jetzt hier Baldé in Rot am Start. Ähm, ist auch ein bisschen leicht schneller. Jordi Alba können wir aber theoretisch auch ein, zwei einstellen. Hat bei mir jetzt aber erst auch acht Games gemacht. Hat mich jetzt in den acht Games nicht überzeugt. Und deshalb bin ich bei meinem altbekannten Baldé, der jetzt schon 173 Games gezockt hat. Und deshalb ist der nach wie vor mein Linksverteidiger. Dann gehen wir weiter, äh, erst mal auf die RM-Position. Das ist mir ganz, ganz wichtig. RM jetzt seit Frischem und Neuem am Start. 41 Games, 16 Tore, 16 Vorlagen. Ein Van Persie. Zum Start direkt am Freitag gezogen. Ihr habt es vielleicht mitbekommen zum Shapeshifter-Event. Und der ist deshalb jetzt hier neu am Start, wenn wir es mal so nennen wollen. Mein neu, im neuen Team sozusagen. Und das hat sich hier und da tatsächlich seit der Shapeshifter-Probo tatsächlich dann auch nochmal sehr, sehr, sehr verändert. Und deshalb fand Persie auf jeden Fall auf der RM-Position. Jetzt wird es interessant, die erste Z-M-Position. Wen haben wir da? Wir haben schon sehr, sehr lange, auch übrigens alles, also alles, was ihr seht, Friends, im Verein. Wir können gleich nochmal kurz eine kleine Vereinstour sozusagen noch machen. Ist Untrable. Wir haben die Bräune. 516 Games schon gezockt. Er ist es nicht. Wir haben jetzt ganz frisch neu am Start. In Rot gezogen. Zum FX-Tots. Die Bräune auch in Rot als Team of the Season. Es wird aber eine SPC. Nicht ein Oper Meccano. Der 11 Games hier im Standard. Sondern es wird passend zur Chemie ein Busquets. Der jetzt aktuell hier auf der Z-M-Position am Start ist. Genau. Und in der Z-M-Position, beziehungsweise jetzt ZDM-Position hier am Start. Ist seit gestern. Jetzt haben wir gerade den 23.6, wo ich es aufnehme. Drei Games habe ich mit dem schon mal probiert. Jetzt ein Sokrates. Muss ich noch ein Shadow drauf geben. Aber Sokrates seit gestern Abend in meinem Squad drinnen. Und ja, Friends, den haben wir gestern out of nowhere einfach gezogen. Und der nächste Untrailable First Owner Erstbesitzer am Start. Mega. Und der wurde übrigens ersetzt. Wir können das gerade uns nochmal anschauen. Oder ja, vorher war am Start. Und zwar ein Matthäus. Ja, der hat 567 Games gezockt. Untauschbar Erstbesitzer. Sokrates. Aber auf jeden Fall jetzt in der Z-M-Position am Start. Dann weiter auf die Z-M-Position. Da ist bei mir jetzt ein Hüllet am Start. Aber Achtung. Der wird später offensiv spielen. Aber jetzt in der Startformation eben als Z-M hier gesetzt. Auf der L-M-Position haben wir eine weitere Ikone. Die wird auf den Namen Rivaldo. Da könnten wir jetzt theoretisch auch den Link stellen von dem Teamschmier her. Der ist ja ganz frisch und neu im Start. Habe ich noch nicht gezockt. Ist aber bei mir auf jeden Fall gleich später auf der Bank. Auch die gehen wir durch. Und da ist dann Rivaldo aktuell vorne mit dabei. Und der hat auch schon. Der ist ja seit der Full Birthday Promo quasi am Start. 417 Games tatsächlich am Start. Und jetzt die Störberposition. Da haben wir eine 97er-Gemaltete Lewandowski-Karte in Rot. Und das der Squad. Das ist mein aktueller Squad. Wir gehen aber jetzt erstmal, bevor wir euch zeigen, wie das Ingame dann aussieht, auf die Auswechselbank. Und da muss ich euch ehrlich sagen, da bin ich vor allen Dingen seit gestern sehr unentschlossen, wie sie denn aussehen sollen. Also zum einen haben wir einen Top-Top-Spieler mit Kevin De Bruyne. Wir haben so viele Loans am Start. Wir können das Ganze jetzt mal hier komplett durchgehen. Teilweise seht ihr, wer dann auch am Start ist. Genau. Und da haben wir dann auf jeden Fall Safe mit dabei. Beispielsweise ein Kane. Richtig nice mit dabei. War Martinez, seht ihr oben links. Und dann Johnny Alba wäre natürlich für den Defensiven ein Top-Auswechselspieler. Uwe Meccano, eben schon erwähnt. Habe ich frisch jetzt die SPC gemacht. Wäre eigentlich zu schade, wenn er schon nicht im Squad ist, dass er nicht so auf der Bank ist. Deshalb auch eher eine Option für die Bank. Und dann nach den ganzen Loans geht es weiter. Casimiro ist hier am Start. Matthäus, den ich auch natürlich jetzt im Endeffekt ein bisschen nachweine, weil der war wirklich eine 10 von 10. Medina haben wir dann als weiteren IV am Start. Verratti, Smalling, links für mich jetzt eine weitere Bankoption definitiv. Und dann geht es weiter in Offensive. Hier mit einem Bale, mit einem Kane. Die waren lange in meinen Squats, beziehungsweise auf der Bank in den Squats jeweils drin. Wir haben Sanchez. Wir haben dann Carlos Alberto eben erwähnt. Und auch wieder ein Verteidiger, der da als Auswärtsspieler in Betracht kommt. Und Gabriel Martinez, ja, das ist auf jeden Fall ein Sub für mich. Der kommt quasi mit Kane immer gemeinsam rein. Gabriel Martinelli auf jeden Fall ein Muss. Und wenn wir das Ganze dann weiter durchgehen, hier bei den 83ern. Er reust tatsächlich erst fünf Games. Da habe ich auch gedacht, dass ich den vielleicht häufiger zocke. Aber der hat auch schon gar keinen Platz mehr auf der Bank bei mir. Und ihr kennt das ja auch selber von euch. Ja, man muss halt gucken dann. Wo der Rest bleibt. Roberto Familio jetzt gerade frisch gemacht. Hat noch keine Games gemacht. Würde ich auch gerne auf der Bank platzieren. Soul of Wood schnell gemacht. Dimitrovic haben wir auch hier oben links hinter meiner Facecam. Ja, und dann geht es weiter mit den Loans. Und Richtung 92. Genau, Alonso eine weitere Icon-Geschichte. Jota haben wir am Start. Auch Untraveled, First Owner. Und dann kommt auch ein, der immer quasi reinkommt. Oder fast immer Abraham. Absolute 10 von 10 dieser Spieler. Falls ihr nicht gemacht habt, tut es mir leid. Der ist wirklich eine extrem gute Waffe. Ja, und dann geht es hier weiter. Wirklich Top-Tau-Spieler, die ich teilweise gar nicht auf der Bank dann drinne habe. Ihr seht es, was da noch alles hinten dran steckt. Thiago Silver, den wir uns jetzt hier mitgenommen haben. Die ganzen Roten. Ein Hector, der am Start ist. Den ich noch mit auf die Bank packen könnte. Und dann geht es rein in die 91er. Also ihr seht, es ist natürlich jetzt wirklich die Qual der Wahl, die wir da jetzt haben. Und vielleicht, das war immer die Frage, vielleicht noch im heutigen Video. Wen von denen, die ich jetzt hier gerade positioniert habe, auf Reserve und die Aufsichtbank. Wer von eurer Meinung nach, oder aus eurer Meinung nach, soll auf jeden Fall auf die Bank. Also für mich auf jeden Fall ein Dave Bräune, weil er halt im ZDM, beziehungsweise in der ZOM-Position, ich zeige euch das gleich, eingesetzt werden kann. Theoretisch auch in der Offensive. Dann haben wir Kane am Start, der für mich immer eigentlich am Start sein muss als Auswärtsspieler. Martinez hatte ich lange Zeit. Martinelli, wie gesagt, auf jeden Fall für mich auch immer mit dabei. Der könnte aber jetzt ersetzt werden durch einen Links, den wir quasi jetzt auch ersetzt bekommen haben. Mit einfach 99 passen. Matthäus, der jetzt wie gesagt frisch gewechselt worden ist durch Sokrates. Für mich elementarer, wichtiger Spieler, fast 600 Games. Er war einfach wirklich traumhaft. Und ja, weiß nicht, ob Sokrates jetzt die Position da ersetzen kann. Wir werden uns das Ganze anschauen. Dann Opa Makano, wie gesagt, wäre auch zu schade die SPC. So gemacht, die Sonotop SPC, Roberto Firmino. Und wie gesagt, der Platz wird dann leer. Abraham für mich eigentlich auch muss auf die Bank. Dann für einen Defensivmann, ja, es ist die Qual der Wahl. Und als Manager, um das vielleicht gerade noch zu kompletieren, bevor wir reingehen in die Taktiken, haben wir tatsächlich einen Polen am Start aus der La Liga. Um quasi eigentlich, ja, jetzt aktuell ja nicht mehr das Ganze dann zu kompletieren. Aber wie gesagt, aktuell mit den Links klappt es auch so. 33 Teamschmie sind am Start. So, das also erstmal zu meinem Team und quasi Verein und Auswechselmöglichkeiten. Und dann gehen wir jetzt eben zu den individuellen Taktiken. Wie sieht es da aus und wie zocke ich? Die Frage ist immer da und ich persönlich habe mir eine Offensivtaktik zurechtgelegt. Das ist die 4-2-2-2-Formation, ja. Und das ist quasi eigentlich, boah, seitdem... Ist es am FIFA 19 gewesen? Es könnte FIFA 19 oder FIFA 18 gewesen sein. Also schon relativ lange ist es tatsächlich meine, ja, erste Wahl, was Formation angeht. Und es hat sich bis dato auch nicht geändert, Schrägstrich nicht ändern müssen, weil es einfach perfekt funktioniert. Also offensiv spiele ich ein 4-2-2-2-2. Ja, und von der Taktiken hat sich eigentlich nicht viel verändert. Da gehen wir nach Pressing, nach Ballverlust. 50-51 von der Tiefe, schneller Aufbau, Läufe in die Spitze, 50 Breite. Das alles, soweit ich weiß, identisch und gleich geblieben. Das, was ich geändert habe mal, aber was ich aktuell jetzt nicht mehr ändere, war das mit den Ecken, dass wir mehr in der Offensive drin haben. Aber das habe ich wieder zurückgestellt auf 3-3. Also da ist alles, glaube ich, soweit ich weiß, ja, bei Default. Also alles wie eingestellt, könnt ihr nochmal gegenchecken, aber das auf jeden Fall. So am Start. Das, was wichtig ist, die Formation. Diese Formation ist für mich einfach die wichtige Formation und vor allen Dingen die richtige Formation. Ich hole auf ganz entspannt, werden das Team of the Seasons auch geholt, auf ganz entspannter Basis einfach die Elf Siege. Das hat meiner Meinung nach komplett gereicht. Schwitzen auf 14 Siege oder noch mehr hat für meiner Meinung nach auf jeden Fall gar keinen Sinn gemacht. Ich habe es einmal gemacht zum League of Team of the Seasons, da haben wir 13 Siege geholt. Aber ein Muss ist es nicht, ja. Und deshalb, wie gesagt, ganz entspannt auf die zwei Playbacks gegangen und die Elf Siege geholt. Und das hat dann auch gereicht. Vor dem Team of the Seasons haben wir gerne mal die 14 Siege mitgenommen. Aber ich sage es euch ehrlich, Weekend League irgendwann dann auch einfach sein gelassen. Weil Team of the Week Rewards, seien ich ehrlich, sind halt einfach nicht das Beste. Und dann bin ich halt einfach in Rivals gegangen, beziehungsweise habe die Objectives gemacht. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr nice, auch in Rivals immer zu zocken. Ja, in-game sieht es eben wie folgt aus. Wir haben also die 4-2-2-2-Formation. Und da haben wir in der Offensive einen Rület-Offensiv und einen Lewandowski. Jetzt haben wir wahrscheinlich schon 5 oder 6 oder viel, viel mehr reingeschrieben in die Kommentare. Wieso spielst du Rület einfach als Offensivmann? Ich kann euch sagen, dieser Rület ist einfach wirklich offensiv. Ein absolut maximales Biest. Und diese Formation und gerade meine Spielart und Weise, die ist einfach darauf ausgelegt, dass wir in der Offensive erstens sehr große Spieler am Start haben und welche, die am Körper haben. Und da zählt Rület eben dazu. Ein Lewandowski auch, der groß ist und der eben die Bälle festmachen kann. Auf den Außen haben wir dann relativ schnelle Spieler mit auf der linken Seite eben einen Rivaldo und auf der rechten Seite jetzt frisch, wie gesagt, ein Van Persie, den ich da im Endeffekt auch noch am Testen bin. Auf der Sokrates-Position, beziehungsweise damals Matthäus-Position, jetzt hier im ZDM mit Busquets auf der 6. Und ja, die bin ich im Endeffekt auch quasi noch am Testen. Gefallen mir aber sehr, sehr gut. Matthäus und Busquets kann ich auf jeden Fall sagen, das klappt sehr, sehr gut. Und Sokrates Busquets, wie gesagt, jetzt am Testen. Ball D dann auf links, Frimpong auf rechts, schön mit Pace sowohl links als auch rechts. Und dann haben wir in der Innenverteidigung wirklich Schränke auch stehen. Das klappt sehr, sehr gut, die beiden Holländer mit Krummann und mit Ligt. Und der Torwart Testegen habe ich viele auch schon im Internet gesehen, dass jemand, Testegen ist der schlechte Torhüter bis jetzt, den ich gezockt habe in FIFA, kann ich hier nicht nachvollziehen. Also Testegen für mich, er rettet der einiges. Und wirklich ein top, top, top Torhüter. Testegen kann ich nur wärmstens empfehlen. Von den Anweisungen, jetzt wird es auch nochmal interessant, sieht es wie folgt aus. Und zwar haben wir zentral orientieren und Abwehr überlaufen. Das ist ganz, ganz wichtig bei den Offensivleuten. Steht bei Lewandowski und steht bei Rüllet auf jeden Fall mit drin. Bei den Außen dann wiederum, ganz, ganz wichtig, ist eine wirklich offensive Taktik, die ich fahre. Vorne bleiben und für Flanken in den Strafraum. Das heißt, wenn jemand auf der linken oder rechten Seite von Persi und Rivaldo dann eben über die Außen laufen, dann ist eben dann quasi, wenn der Ball an Lewandowski oder Rüllet vorbeigehen, ist dann quasi der Außen direkt anspielbar. Und er zieht eben in den Strafraum mit rein, wenn eine Flanke, wenn irgendwas von der Seite eben reinkommt. Das, genau das Gleiche für Flanken in den Strafraum und Vorne bleiben auch für Van Persi. Auf der Sechs, und jetzt wird es auch nochmal interessant, Passwege zustellen und hinten bleiben bei Angriffen. Sowohl links als auch rechts. Und sonst, der Rest ist Standard. Und dann haben wir, und das ist auch ganz, ganz wichtig für die Außenverteidiger, hinten bleiben bei Angriffen. Damit es eben nicht zu offensiv wird, weil sonst hast du im Endeffekt keine Restverteidigung. Der Rest ist auch Standard bei den IVs. Und Außenverteidiger, genau das Gleiche wie auch beim Linksverteidiger, hinten bleiben bei Angriffen, damit du halt einfach eine ordentliche Restverteidigung hast. Ja, und wie ihr vielleicht jetzt auch schon hier sehen könnt, durch die Formation und durch eben diese Anweisung, ich meine, die Rollen müssten jetzt, ja, können wir gerade mal, im Endeffekt, ja, sind jetzt so, weil wir eben gerade den Squad gemacht haben. Ja, was ich aber noch sagen wollte, ist eben, die Anweisungen sind eben wichtig, Aufstellung, wichtig, und die sind eben darauf ausgeprägt, dass wir eben den Gegner, den jeweiligen, eben vor allen Dingen einige Tore reinknallen. Ja, und in dem Sinne kommen wir also relativ schnell dann zum 1-0, 2-0, 3-0, und da muss man halt darauf hoffen, dass entweder, gerade in der Weekend League ist es oft der Fall dann, dass er dann relativ schnell quittet, ähm, ja, und du dich einfach, du dich einfach quasi damit überfällst, dass du halt so offensiv bist, das ist das, was mir eigentlich am meisten gefällt bei dieser Taktik, und, ähm, genau, jetzt können wir uns nochmal kurz die ein oder andere Statistik anschauen, können wir mal gerade so speichern, das Ganze, und, ähm, genau, ähm, Eckbälle, die Rollen, die Standards, darauf würde ich noch kurz eingehen, habe ich vorher eigentlich immer mit Kevin De Bruyne gemacht, aktuell ist es eigentlich ein Hin und Her, muss ich ehrlich zugeben, ähm, genau, aber wichtig, gerade auch dann, ähm, bei den Eckbällen ist eben ein Hüllit, weil der steht direkt dann in der Höhe vom, ähm, vom Torhüter, also zentral, so dass du den wunderbar dann eben reinflanken kannst, und der macht dann regelmäßig auch seine Kopfballtore, und, äh, wie gesagt, den kann ich offensiv wirklich wärmstens empfehlen, fast jetzt hier 700 Games und, ja, über 600, fast 700 Torbeteiligungen in 700, also ihr seht, das ist, äh, fast 700 Games, fast 700 Torbeteiligungen, und das ist quasi fast, ja, 1 zu 1, ja, also das ist wirklich perfekt, und, äh, wie gesagt, 4 Sterne, 5 Sterne, Hochmittelarbeitsraten, ja, ich weiß, er kann theoretisch auch ZM spielen, und viele spielen ihn defensiv, aber ich kann euch nur wärmstens empfehlen, ich kann euch wirklich nur wärmstens empfehlen, ihn auf jeden Fall offensiv zu spielen. Bitte versucht das mal, viele haben schon gesagt, ey, das geht gar nicht fit, aber das ist wirklich das Perfekte und das Ideale. Und wie gesagt, äh, ich hab's eben schon ein bisschen erwähnt, wichtig für mich, erstens zwei Stürmer, die du noch am Start hast, und dann halt eben schnelle Außen, und auch Stürmer dann vorne drin zu haben, die eben den Ball festmachen. Das ist wirklich wichtig bei dieser Formation, ähm, ja, und das ist im Endeffekt meine Taktik. Die anderen Anweisungen oder individuellen Taktiken, wie wir es auch mal nennen wollen, sind überhaupt gar nicht besetzt. Was ich halt dann oft mache, ist einfach dann quasi, äh, wenn ich, weiß ich nicht, 3040 führe, einfach wieder auf ausgeglichen gehe, und dann quasi diese 4141, äh, Formation drin habe, aber die hab ich noch nicht lange drin, muss ich ehrlich sagen. Das ist jetzt wirklich erst, seitdem ich die, äh, Van Persie Karte hatte. Vorher hatten wir schon das ganz normale 4222, auch als Startformation, mit dann als ZOM Kevin De Bruyne. Aber wie gesagt, dann sah der Squad noch komplett anders aus. Da brauchen wir jetzt gar nicht großartig drauf eingehen. Aber ihr seht, es kommen regelmäßig halt einfach neue Spieler, und, und das macht es einfach, wie gesagt, schwierig. Ich mache jetzt heute dann das Video, und ich kann euch wahrscheinlich sagen, in exakt einer Woche, ach gut, da bin ich ja, da komme ich aus dem Urlaub wieder, aber eine Woche später, wie gesagt, wäre theoretisch, der Squad wieder auf ein, zwei oder drei Positionen, wie gesagt, ja, wahrscheinlich komplett neu. Na ja, ich freue mich auf jeden Fall jetzt erstmal hier auf Sokrates und auf Van Persie. Wie gefällt euch der Squad? Lasst mich das sehr, sehr gerne mal wissen. Und ich hoffe, dass ich die Leute, die jetzt manchmal mein Team sehen wollt und meine Taktiken mit diesem Video auf jeden Fall erfreuen konnte. Ähm, genau. Und falls ihr Gameplay sehen wollt, wird wahrscheinlich den nächsten Tag auch mal ein Gameplay-Video online kommen. Ähm, verpasst das auf jeden Fall nicht. Und, äh, sonst gerne, wie gesagt, bei Twitch vorbeischauen. Link dazu in der Beschreibung. Da sind wir dann regelmäßig auch am Zocken. Ja, Freunde, das also zu meinem Squad. Ich bin gespannt, wie euer Squad aussieht. Und in dem Sinne soll es das mit diesem Video für heute gewesen sein. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.